ja willkommen beim potlove developer workshop wie immer der höhepunkt der der ganzen veranstaltung als allererstes die neuesten feature des potlove publishers nie da gewesen was denn ich glaube das ist der falsche talk ach so naja ist schon ganz viel spät vielleicht erst mal ein kaffee wie auch immer genau das ist eric teubert ich hefte jetzt mal ein bisschen auf die sprünge und den kennt ihr wahrscheinlich mich noch nicht so ich bin der christoph wolf ich arbeite für sep komme aus bielefeld arbeite in münchen als remote entwickler wie auch immer und ja ich bin frontend entwickler für dieses neue podcast verzeichnis und wir haben auch ein kleines team in dem wir das umsetzen das ist das team sonderprojekte innerhalb von sep wir sind eine designerin drei entwickler und eine projektmanagerin oder so genannter mc die linda und genau ja machst du also ich ja zum podcast podcast verzeichnis es gibt derzeit schon eins das ist unter br online de slash podcast und das sieht so aus man kann jetzt das alter schätzen so vom erscheinungsbild so genau weiß es keiner so ein bisschen was über zehn jahre ist es schon alt sieht man ihm an der einen oder anderen stelle auch an wenn man so ein bisschen genauer reinschaut dann sieht man dass da versucht wird ein flashplayer zu verwenden es ist nicht nicht mehr so ganz dem jahr tausend würdig die seite hat noch so ein paar andere probleme die die wichtigsten sind es gibt zum beispiel keine episoden seiten sondern nur podcast seiten wo dann eben alle episoden aufgelistet sind dann ist einfach keiner der entwickler die das damals gemacht haben mehr da oder zumindest meldet sich keiner dass dafür mal verantwortlich war und es ist mehr so ein daumen drücken dass es auch morgen noch da ist weil das ganze content management system auf dem das ganze derzeit läuft auch ziemlich veraltet ist darum ergab sich nach und nach so der wunsch das ganze irgendwie mal neu zu machen mal modern zu machen mal ins aktuelle jahrtausend zu heben und da gibt es im br eben die abteilung sep software entwicklung plattformen und wir sind da als kleines unterteam damit beauftragt uns damit zu beschäftigen genau und wir sind halt auch das team was diesen call for podcast wettbewerb umgesetzt hat und somit auch schon ja erfahrung gesammelt hat was halt podcast angeht außerdem erics große kompetenz in dem bereich das habt ihr wahrscheinlich im talk von dem matthias leitner schon gehört und ja wir haben dann die aufgabe bekommen dieses anzugehen und das umzusetzen in einem sehr sportlichen zeitplan also von konzeption bis veröffentlichung fünf monate oder so monate also das ist schon sehr sportlich genau das läuft dann in unserem team wir sind drei entwickler und eine designerin und genau jetzt mal so ein bisschen zum ablauf wie sowas im br funktioniert also wenn produkte erstellt werden im br es gibt dann einen sogenannten design sprint das ist eigentlich ein konzept von google der google design sprint und da ist es ist es ja angedacht in fünf tagen ein produkt zu entwickeln was auf die bedürfnisse von einer bestimmten zielgruppe zugeschnitten ist und ihr könnt das auch in dem bild sehen wir haben dann alle verschiedene aufgaben bekommen alle unsere ideen ausgearbeitet und erstmal geskribbelt an die wand gehängt und haben damit dann weiter gemacht genau und das ziel dieses unseres design sprints war halt dass wir eine moderne plattform plattform haben dass wir die nach außen sichtbar machen und dass man halt inhalte schnell findet und diese auch direkt anhören kann und halt als grundstein auch eine community einbinden was nicht ganz so geklappt hat aber dafür kann ich später noch mal genau darauf zurückkommen so und jetzt geht es erst mal ums back end weil dieser ganze design sprint hatte grundlegend zwei stränge und der eine war das back end da wird der eric darauf zurück gleich ja was zu sagen und der andere ist halt das front end und da sage ich gleich noch was zu ja danke genau also wir haben uns für den design sprint von außen ein bisschen hilfe geholt der eine oder andere hier wird den vielleicht kennen das ist tim ritloff dachte uns der kann den ba auch mal ein bisschen von innen aufmischen und relativ zeitig im laufe des also am ersten tag des design sprints meint ja eben ja wir können hier nicht über prototypen oder oder user designs sprechen wenn wir nicht einfach mal das ist eine ordentliche systemanalyse durchgeführt haben also einfach mal zu schauen was ist der status quo was sind die workflows welche systeme kommen zum einsatz und wo liegen die daten die wir dann am der auch irgendwie selbst verwalten entweder an uns nehmen oder weiterverwenden oder ja dann verwenden werden um die webseite darzustellen hier noch mal ein eindruck vom vom sprint am ersten tag ja so der status quo so der wissensstand gesammelt so inspiration gesammelt habe ich zum beispiel hier am rand zu sehen auch einen kleinen vortrag gehalten das war so die einfach die sammlung des wissens austausch ideen austausch ja hier links sieht man tim wir irgendwie versucht auf einem flipboard alle möglichen elemente des brs die irgendwie mit podcasting zu tun haben festzuhalten und mit kringeln kreisen und feilen zu versehen wir haben dann auch nach und nach so versucht die leute alle irgendwie mal persönlich zu besuchen oder in den raum zu holen mit denen zu sprechen um einfach zu wissen von wo nach wo fließen daten und so nach und nach ergab sich dann ein kleines bild was final ungefähr so aussah erstaunlicherweise stellte sich das auch wochen und monate später noch immer noch als relativ korrekt heraus relativ also 90 prozent wesentlich ganz ins detail gehen das ist ja doch etwas vielseitig aber vielleicht ein detail das ist rote da imperia das ist das was derzeit das podcast center ausliefert und das ist so dieses eine system was wirklich komplett weg soll was wir komplett durch haben sie ja neuland genannt weil wir wollen ja neuland betreten im br mit dem podcast verzeichnis genau und haben nur geschaut von welchen anderen systemen letztendlich wir uns dann die die daten holen können fazit aus sicht des backends war wir wollen natürlich den bestmöglichen feed mit den bestmöglichen metadaten müssen dabei aber die bestehenden systeme bedenken und die workflows die auch redakteure audio editoren etc jetzt schon haben aufbestehende systeme aufbauen wie gesagt imperia ersetzen was das podcast verzeichnis derzeit aus liefert redaktionelle workflows wo es geht wo es sinnvoll ist anpassen einfach um die metadatenqualität zu verbessern und noch ein technisches datei also durch die migration zu bedenken das heißt dass keine subscriber verloren gehen beim umzug auf das neue system zum frontend kann euch christoph was sagen genau und dann haben wir so parallel mehr oder weniger das frontend halt gemacht also wir haben immer wieder die gruppen gemischt und wir haben ich habe halt auch bei beim backend zugehört und habe meinen sender auch zugegeben und genauso umgekehrt aber generell waren es halt zwei stränge da gab es halt mehrere schwerpunkte es sollte auf jeden fall ein guter player da sein dass der nutzer die podcast auch direkt auf der seite hören kann ein mehrschichtiger in einstieg das heißt über kategorien über episoden über podcasts und so weiter dass man dort den nutzer abholen kann dass kommentare auf jeden fall auch eine sache sind was ich eben ja schon gesagt habe mit dieser community das hat ihm nach hinten raus leider nicht ganz so funktioniert weil kommentare erfordern halt immer auch eine redaktionelle prüfung und das war so ein bisschen schwierig bei den redaktionen durchzusetzen und da wurde halt irgendwie hat sich keiner so richtig für verantwortlich gefühlt daher fällt das erstmal weg was ich persönlich hätte ganz spannend gefunden genau dass das außerdem dass eine kuration da ist dass zum beispiel der matthias leitner und die sophie im backend auch die möglichkeit haben die startseite zu kuratieren um ja inhalte nach vorne raus ein bisschen dem nutzer zu präsentieren genau und dann episoden bilder war auch so eine so eine sache die auch kommen werden also das ist schon sicher nicht im ersten schritt aber danach da werden sich die einzelnen redaktionen ja dann mühe geben und auch für episoden die bilder stellen die dann auch im feed landen genau und dann halt auf die essentials konzentrieren wie halt diesen diesen player genau und so sah das dann auch aus das war so ein bisschen der erste schritt meine ideen waren irgendwie damit mit kugelschreiber geskribbelt und in der mitte war das von linda rechts das von unserer designerin die gleich so ein paar mockups gemacht hat und dann sind wir halt hingegangen und haben alle unsere ideen dazu zu jeweiligen den anderen designs mit post-its bewertet und kritisiert gelobt und dabei sind halt einige sachen rausgekommen wie ein guter player und ja diese kuration genau dazu gab es dann noch das sogenannte storyboard das ist halt wichtig weil halt was ich eben am anfang gesagt habe im zentrum eigentlich die zielgruppe steht von so einem design sprint und diese zielgruppe wird nach bestimmten stories halt nachgebildet das waren bei uns jetzt kann man das erkennen wahrscheinlich nicht jemand hört radio will irgendwo hin will aber sich die sendung mitnehmen was tut er wo geht er hin wie lädt er sich die episode runter jemand ist zu hause oder jemand mit rasen und will sich die episode anhören wie geht er an die sache ran und diese geschichten haben wir halt so ein bisschen vertieft und haben da dann auch noch mal genau raus gefiltert was eigentlich genau die kern features sein sollten die so ein produkt bieten soll oder bieten sollte oder bieten muss genau und dann gibt es den prototypen user test wir haben dann auf diesen ganzen ideen beziehungsweise unsere designerin hat dann mit mir in zusammenarbeit also ich hab da auch ein bisschen was gemacht aber nicht so der rede wert einen prototypen erstellt und diesen haben wir von probanten test usern testen lassen also wirklich nur einen sehr einfachen prototypen und diese testführer waren zum beispiel das waren die vier hier 42 männliche entwickler entwickler und nutzt gelegentlich podcast und so weiter die vielen halt alle in unsere zielgruppe die wir mit diesem produkt ansprechen wollen die haben wir zu uns eingeladen und haben diesen folgenden prototyp testen lassen das ist natürlich nicht immer so einfach weil wir haben dafür adobe experience design genommen und da ist das natürlich keine webseite da sind einige elemente die kann man klicken dann führt das auf eine andere seite wie ihr seht da ist auch dieser persistente player schon drin oder diese leiste das ist natürlich schwierig so was zu testen weil der kann nicht mitfahren der hat keine interaktion genau aber wir haben da auch viele erkenntnisse gewonnen was halt der nutzer genau will aber ich meine man kann viel sprinten und viel über eine zielgruppe reden aber wenn man sie wirklich vor ort hat bei sich sitzen hat dann ist das ja eine andere sache und das was wir dann halt noch gemacht haben zu diesem user test wir haben uns das ganze angeguckt interaktiv also wir haben oben gesessen der user test war unten und wir haben dort mit pure in das ist so eine software da kann man dann ein kamerabild abgreifen und den bildschirm abgreifen und dann genau geguckt okay was was macht der nutzer jetzt und der muss uns auch in die genau jeden schritt den er tut und woran er denkt was er meint was es ist und so weiter erklären und wir haben daraufhin wieder post it's genommen und uns diese diese sachen bewertet weißen positives feedback weißen verbesserungsvorschlag und so weiter weiß kritik und darüber ist dann auch diese wand entstanden und dabei sind dann so sachen rausgekommen wie dass alle das abonnieren eigentlich gar nicht verstehen so also die wissen nicht was ein abonnieren button ist und wie man abonniert und dass das dieser subscribe button eigentlich in der weiten welt von den podcast nutzern oder von den nutzern die sowas hören eigentlich gar nicht so richtig eine akzeptanz hat oder ein verständnis hat ja darüber ist darüber ist noch hinaus gekommen dass ein player der halt an der seite ist also der sich seitlich anordnet besser wahrgenommen wird als so eine kleine leiste die halt unten mit fährt so und genau das waren halt so learnings die halt sehr wertvoll sind um so ein podcast center zu machen und jetzt noch zur umsetzung und da gibt es jetzt ein bisschen buzzword bingo von eric ja meine lieblingsbereich bei jedem etwas mit technik verwandten podcast muss natürlich podcast vortrag muss natürlich so ein bisschen über die technik gesprochen werden und einfach mal alles aufgezählt werden was irgendwie so unter der haufe steckt das ist bei mir da da habe ich mich sehr gefreut dass ich es verwenden konnte elixier und phoenix zusammen also elixier ist eine funktionale sprache auf basis der erlang vm macht mir sehr viel spaß mein erstes großes projekt damit das macht irgendwie sehr viel freude vor allem wenn man von dem php hintergrund kommt der daten die datenbank die dazu ganz gut passt ist postgreSQL das ist mysql in schön und das ganze deployment findet auf docker kubernetes statt das ist so der hippe kram die man derzeit so macht dafür sind aber auch kaum wir zuständig das macht eine andere abteilung das wollte ich nur sagen weil das ist so und natürlich gibt es saubere feeds valide feeds wunderbarste feeds schöner als je zuvor und ich mal schnell weg bevor noch jemand so genau guckt der die am ende noch der die am ende noch pasen möchte also ich habe noch zeit für ein kleines anekdot ich denke schon wenn wir auch zwei gut wenn wir schon beim feed sind kleines detail ich hatte erwähnt beim aktuellen podcast verzeichnis gibt es keine episoden seiten nun wird jemand der so ein rss feed kennt sich denken nun ja es gibt ja aber das link element im item da muss ja eigentlich eine webseite verlinkt werden was steht denn da eigentlich drin und das habe ich mir auch so gedacht hat mal reingeschaut und da wurde die mp3 verlinkt und dann dachte ich mir das wäre eigentlich nicht so geschickt also ja nachvollziehbar es ist irgendwie die episode aber laut spezifikation sollte es eigentlich eine webseite sein also habe ich mir gedacht könnte man da doch zumindest die podcast seite verlinken denn da ist die episode ja auch drin habt es dem team gesagt die dass die die feeds derzeit erzeugen und die haben das umgebaut und ich war zufrieden es dauerte keine paar tage bis so e mails e mail fluten beim support eintrafen und sich beschwerten dass sie ihre podcasts nicht mehr abrufen können und mit paragrafen von paragrafen erklärt haben wie ihre workflows sind und wir kamen dann darauf dass vor allem in firefox es dynamische lesezeichen gibt ein konzept das mir so nur am rande bekannt war was das ist wie die leute ihren podcast abonnieren ist folgendermaßen sie benutzen das dynamische lesezeichen in firefox das heißt sie abonnieren den feed in firefox und wenn sie auf diese lesezeichen draufklicken dann sehen sie einfach die zehn letzten episoden statt lesezeichen und wenn sie da draufklicken wird eben das abgerufen was im link steht was vorher die mp3 war fanden die total praktisch sie klicken drauf sie haben die mp3 super was passiert nun sie klicken drauf sie kommen auf irgendeine komische webseite wo ganz unten irgendwo versteckt sie sich die episode suchen müssen wo nicht mein direkter download link ist beziehungsweise der auch ganz klein ist und natürlich alle total frustriert wo ist die e mail wo kann ich schreiben wo kann ich mich beschweren und die armen leute vom support mussten meine idee ausbaden wir haben das natürlich erst mal wieder ganz schnell zurück geändert auf die mp3 und werden da erst natürlich dass die korrekte episoden seite verlinken wenn das neue podcast verzeichnet was auch episoden seiten haben wird verlinkt ist und hoffen dass die nutzer damit zurecht kommen ja und jetzt noch zum texte im frontend javascript da haben wir als basis an node.js server der uns ermöglicht einen server side rendering das ist besonders wichtig für menschen im br die gerne seo mögen natürlich ist das gewiss auch irgendwie wichtig aber suchmaschinen optimierung erfordert halt dass die webseite auf dem server gerendert wird wenn man jetzt eine sogenannte single page applikation hat dann wird die meistens im client also in eurem browser zusammengesetzt mit den informationen versehen und das können die google bots oder die bots im allgemeinen nicht so richtig man weiß es auch nicht genau ob sie das können oder ob sie das nicht können manche sagen ja manche sagen nein wir sind halt sicher gegangen und haben halt noch ein framework drauf geworfen das ist dann das nuxt framework was halt im kern auf vue.js basiert das bringt diese sachen mit die ssr ist es auch wirklich sehr gut es ist noch sehr jung drei monate wird das jetzt entwickelt in der version 1.0 aber es macht sehr viel spaß damit zu programmieren ja und on top nutzen wir auch den potloff player jedenfalls nicht also nicht in der variante wie er wirklich jetzt auch im publisher ist oder ja bei euch vorne ankommt sondern wir nutzen halt die architektur den kern davon den player an sich und der alex baut den auch für uns im podcast verzeichnis und mit seinem ja mit seiner kompetenz und mit seinen mitteln die er da hat ja programmieren wir halt zusammen an dieser applikation zum design jetzt also wirklich das design was das sprint halt der sprint halt ergeben hat dann hat sich unsere designerin halt hingesetzt auch noch mit uns im gespräch welche welche komponenten denn auf so einer seite auf der startseite suchseite und so weiter vorhanden sein müssen welche seiten ist überhaupt gibt und da ist dann erstmal so ein wireframe entstanden das sieht halt so aus da kann man schon ganz gut erkennen wo die reise hingeht also wir haben rechts den player oben eine navigation ein paar empfohlen episoden die kuration die ich angesprochen hatte die neuesten episoden und gleich die buttons die halt sich die nutzer gewünscht haben wie abspielen download war auch noch so eine sache die sehr viele nutzer gefordert haben weil viele nutzer haben gar keinen podcatcher und wenn sie einen haben ist es also von denen die wir da hatten ist es halt aber die meisten laden sich wirklich die mp3 runter und kopieren die sich auf ihr telefon warum auch immer genau und daraus ist dann das design entstanden so wird das final aussehen unser neues verzeichnis wird für mobile geräte funktionieren für ipads für iphone android und so weiter genau also es wird keine native app geben oder so aber es wird halt da funktionieren und man kann was dann halt eine sehr schöne sache ist an diesem verzeichnen ist dass man auf der seite surfen kann sich die episoden zusammensuchen in seine playlist hinzuzufügen in seine queue und ohne und sich gleichzeitig die episode anhören das heißt wir haben durch diese single page applikation halt die möglichkeit die seite nicht neu zu laden und der player den player halt persistent zu halten genau hier ist nochmal ein kleiner screenshot ich weiß nicht kann man es erkennen ja so aus dem back end das hat der eric gebaut das ist die homepage kuration wie die redakteure nachher die homepage befüllen vielleicht ja weiß nicht ob das interessant ist aber genau hier ist nochmal die episoden seite die es bisher noch nicht gibt und die wir halt gestaltet haben und genau 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 wann wird das ganze kommen das kommt ende 2017 wahrscheinlich irgendwann im dezember und wir sind jetzt am programmieren daran noch und ja also ich würde es hier ungern so eine halbfertige version zeigen darum haben wir uns auf screenshots beschränkt genau dankeschön danke danke christoph danke erik ich kenne das spannungsfeld behörden oder behörden ähnliche betriebe und da mal frischen wind rein zu bringen oder was neues zu machen ich weiß wie schlimm das ist aus sehr persönlicher erfahrung ich wünsche euch dabei wirklich alles gute ich werde auch nutzen davon haben wenn ihr fragen habt schießt los ich komme auch mit dem mikrofon vorbei wenn es sein muss ansonsten hätte ich zwei fragen gehabt eine wurde gerade beantwortet dann habe ich eine frage also frage eins wäre gewesen habt ihr eine deadline oder ist euch eine deadline gesetzt worden das habt ihr beantwortet dezember 2017 du hast uns das mikrofon das geht auch super ja klar klar die deadline wurde uns gesetzt bevor es das projekt gab echt ja respekt frage zwei die ihr im zweifelsfall nicht beantworten könnt aber vielleicht habt ihr eine einschätzung wenn das geil ist was ihr da abliefert und das sieht sehr danach aus dass das sehr geil sein wird wie groß sind die chancen oder wie groß sind eure hoffnungen dass andere öffentlich-rechtliche anstalten blut lecken und das übernehmen oder zumindest sagen hey hätten wir auch gerne ich würde es bei dem führt einbauen du hast ja eine arti also 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 rein aus technischer sicht ist es so gebaut dass wir natürlich beliebige podcasts sowohl ausliefern können als auch also ich kann derzeit sogar feeds parsen also ich könnte theoretisch auch beliebige podcasts also wenn du mir da 15.000 iTunes feeds gibst dann könnte ich die ja theoretisch auch reinstecken das machen wir natürlich nicht in der Form aber ja aber das wäre ja dann unter dem dach des BR aber jetzt kommt von mir aus der MDR und sagt wow das gefällt uns total gut wollen wir auch haben ähm technisch kein Problem äh politisch kann ich mich nicht äußern tatsächlich hat meine Frage darauf ein bisschen abgezielt ihr seid beide noch nicht so lange beim öffentlich-rechtlichen richtig also so ein zwei Jahre nicht genau so lange wie er ja okay der Weg wird ein langer sein aber cool mir gefällt das persönlich sehr sehr gut der Weg war schon lang also der Weg war schon lang dass wir das umsetzen und dass wir das neu machen also da kämpfen wir schon seit einem Jahr oder anderthalb so und haben wir schon die ganze Zeit irgendwie darauf gehofft dass unser kleines Team das machen kann ähm ja also meine Glückwünsche habt ihr mein Segen euren auch hoffentlich wenn ihr noch Fragen habt jetzt ansonsten geht und schweiget für immer wir sind auch morgen noch da danke ja vielen Dank Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020